hallo und herzlich willkommen zurück bei victoria 3 mit kwingen ja wir machen kohle wir können auf jeden fall langsam wieder mal gucken dass wir weiter vorankommen glas ist halt nichts wert und blei ist teuer kriegen wir glas irgendwo los österreich und amerika let's go haben wir motoren wie laufen denn unsere motoren werke unter voll dampf sklaverei ächtung gegen russland aber nicht in russland oder so kann ich das nicht sehen ersien habe ich keine kanada übertragen heilungspakt mit denen mit jemandem bündnis mit den amerikanern den 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 rheinbund größer machen wenn wir die ane also was haben wir jetzt hier alles kolonien-prestige wer zehn prozent mehr konvois das wäre auch gut mehr gelddruck geburtenrate ist glaube ich egal haben wir mehr als genug zehn prozent mehr bürokratie wäre als king natürlich auch das wäre auch stark wieso schaffen die das gerade nicht wir hätten jetzt südmannschuerei wie läuft das stahl da produktivität von 15 und zehn braucht der das würde das doch auch oder oder overall alle brauchen dass die stahlwerke weil die das halt nicht fahren ist halt nicht viel jetzt steht auf jeden Fall um geht auf einmal ne armee offensiv wäre auch nicht verkehrt das wäre auch wie geht es so mit dem bauen ein noch mehr bauen ist natürlich man kann bauen schaden immer mehr bauen gehöftbauern klar dass ich jetzt nicht mal einsteigen kann ah haben die briten aber was vor weil mit österreich dagegen japaner und auch spanien mexiken tendiert kann ich denn die überhaupt jetzt theoretisch könnte ich ähm das funktioniert noch nicht wie sieht es bei euch aus ein bunt so hier haben wir auch kleiner gemacht ein bunt erweitern hier haben wir Skandinavien gebildet oh no warum kann ich hier kein Krieg erklären hier haben wir Verteidigungspakt mit Preußen so wie wir daher warum kann ich hier nicht ich will euch einnehmen ich habe keine Interesse daran aha mhm was machen wir denn mal weg was ist denn naja Ozeanie machen wir weg ich finde gut dass die da drinne sind hätte ich zwar auch cool aber das bisschen dolle wenig wir lassen es so wie es ist damit warten wir jetzt mal weil wir brauchen noch ein bisschen für das nächste Gesetz wenn das kommt Geheimpolizei wir bauen gerade ganz schön viele Waffen aber die laufen trotzdem was ist denn in Hawaii passiert ich habe die Dings verloren deswegen wahrscheinlich ne tut mir für die jetzt ein bisschen leid ne na warte da naja wir müssen mal gucken dass sie auch mehr Obst kriegen dass sie auch mehr Obst Wie sieht es hier aus? Munition ist teuer. Der Forscher für ein wichtiges Gesetzgeber ist in einer Sackkasse gelandet. Die Streitkräfte pländieren dafür, die anderen zu bitten, um die IG-Lammer auf ihre Seite zu holen. Dann holen wir die doch mal ran, die Landbewohner. Was machen denn meine... Was ist hier denn die Munition? Oh, oh. Wo fällt? Äh, da. Wie sieht es denn bei dir aus? Blei ist halt teuer. Blei, Blei. Äh, Blei Min, Blei Min. Wo haben wir denn die Blei Min? Ah. Hm. Jetzt hauen wir Opium hoch. Erstmal hier ganz viel... Boah. Und dann kommen die Kasernen. Das reißt ja erstmal auf jeden Fall Seiten ab von der Bau. So. Hahaha. Was haben wir hier? Was war das hier? Raunschweig. Mhm. Können wir mal was anfangen. Könnten wir. Ja. Schade. Schade. Könnten wir jetzt. Ja. Und mobilisieren wir und unterstützen die auf jeden Fall. Wieso ja nicht alle unsere Kriege da ausführen, ne? Könnten wir eigentlich theoretischer bald... Jawohl. Wir brauchen so viel Opium für unser Volk, da haben wir nichts für die Armee übrig. Warte. Uns fehlt schon das Doppelte. Hier. Wir können auf jeden Fall die Motoren ausbauen auch. So. Ist drinnen in der Queue. So. Können wir euch jetzt überzeugen? Ne. Haben wir überhaupt da... Kein Interesse. Also auf Kanada. Wir gehen auf Großkolumbien. Oho. Oho. Ja, wir sind auf jeden Fall am Cap. Ja, wir boosten ein bisschen die... Intellektuellen. So. Bipsen wir schon mal Rang 1. Äh, da. Noch. Ich möchte das gerne auf jeden Fall, soweit wir das haben, dem Rheinbund anschließen. Die Armee ist noch nicht da. Die brauchen noch 17 Tage. So. Jetzt haben wir Interesse an Großkolumbien. Können wir jetzt was mit denen machen? Ne. Hm. Vorsichtig. Kann ich auch nicht. Muss man Rivalität machen, ne? Wie machen wir das denn mal? Niederlande. Uffsi. Die sind halt immer noch nicht da, ne? Wir lassen einfach uns den Rheinbund unseren Krieg ausführen. Höhöhö. Höhöhö. What? Die haben verloren? Eine Offensive? wenn wir die schon wenn wir hier 36 monate 23 da munition leben wir mit einer mehr auch aktiv position und lebensmittel bauen wir also haben wir irgendwie ok haben wir kann was wir machen nur spirituosen erhöhen und lebensmittel ringern youtube ist so schon nicht so viel wert wenn wir noch irgendwo was einstellen sieht jetzt erst einmal nicht so aus dass wir irgendwas vergessen hätten umzustellen wir könnten wenige arbeiten möchte hotel in unsere zollunion hier kriegt kein verteidigungspakt mit uns ali alles doch da unten jetzt oder nicht alle hier wollen die sich alle davon abschlagen von denen ich ja cool ich muss mal hier gucken dass wir hier mal vorankommen auch ne wo kann ich jetzt jetzt haben wir theoretisch ja lippe dazu geholt machen wir hier auch schon wieder fast zurück wach jetzt wieder zurück opium haben wir jetzt auch erstmal übelst hoch gepusht bisschen aber reicht noch nicht opium fällt ne und war kleinere opium nur weg machen was preußen stellt sich den ab habe ich nicht drauf geachtet sein protektorat von denen gut also let's go ne wir lassen die weil sie irgendwas verrücktes vorhaben wenn das so ist westfalen wollen wir gerne oder 29 verrufen hat ok also dann nehmen wir preußisches braunschweig wir könnten preußen voraussichtlich zu uns holen mal gucken wo ist es rausgegangen beziehungsweise links hat nachgegeben wo ist der krieg hin was war es ja die sind protektorat von uns geworden sehr entspannt gewesen wir sollten langsam aufhören hier dann holen wir mal unsere armee wieder in unsere welche sind das nordchina der ist da den 25 können wir da lassen dann haben wir wenigstens etwas da mal wir verteidigungspakt mit uns aufgelöst die schweine können wir einen neuen verteidigungspakt mit jemanden und einige ein mit uns ist da jemand dabei dem wir auch schützen wollen argentinien beispiel ich sage sich das gerade nicht so gerade wenn denn er so hätte ich schon lustig eine tine zu unterstützen wenn wir dann auch mit euren markt hier machen können wir uns irgendwas hol mal ein zwei sachen von euch die tier das ein oder andere kriegen wir dahin geliefert ne ist okay und bewohner sind nicht so stark gerade 1.000 konvois minus aber nur 23 seiten marina war auch ausgebaut da kommt jetzt ziemlich viel regierungsverwaltung möglicherweise sollte ich mal gucken wo diese fünf papierfabriken sind die könnten natürlich auch irgendwo im jordan sein hier wo sind denn hier die bleiben da sind welche dann ziehen wir erstmal blei hoch so gesetzt gesetze gesetze kurz langsamer nein kirchenschuhe definitiv nicht private kranken auch nicht wohl eigentlich öffentliche dürfen wir keine staatsreligion würde ich gerne weg von aber wir bogen lezis fair durchzug die sind halt noch zu schwach wer wäre noch wahrscheinlich ihr wert für ach so kann ich ja hier gucken die religion wer werde dafür dann könnte man das nicht irgendwo hier gucken ach da die unterstützte staatsreligion und die habe ich natürlich beide in der nur die die habe ich machen wir das dann bei denen haben sie nicht direkt ne die sind gegen öffentliche krankenhäuser halt nur ihr dafür wie ich euch hier irgendwie mit rein jetzt scheint nicht wir gehen so wir haben zwar eine ganz schlechte geringstern aber es muss es muss nützt alles nichts der werkzeug wird noch teurer sonst konnten wir er sieht sonst gut aus hier könnten wir das prüfen so wir bauen erstmal kurz die eisenbahn kurz wir machen doch erstmal die bleiben ihn fertig ja ich glaube die wird doch schon besser hoffe ich ach da komme ich leider nicht ran an die ne so einfach da muss ich mich mit der das will ich noch nicht das will ich noch nicht dabei wäre das habe ich ja nicht erfüllt so jetzt kommt die industrialisierung langsam bei uns werkzeuge sind halt noch mega teuer aber wir bauen ja noch auf jeden fall ordentlich fällt jetzt bleiben wir langsam im preis das war ja ein bisschen das obwohl wir sogar so viel aus england schon holen wird die halt eigentlich gerne unsere zollunion einfach rein holen das verdienen das verdienen ich habe schon mal einen handelsvertrag mit denen aber wir könnten die angreifen unter dem aber ne ne das lassen wir das ist nicht unsere aufgabe und doofsinn zu machen wir haben immer noch einen russischen äh dings ja äh verteidigungspakt das ist nichts wert glas das nicht wird eine eisenmine und klar dass die leute denn hier verschwinden aber jetzt kommen wir die bleiben wir brauchen jetzt auch schon mal eisenbahn für die marktzugriff auf jeden fall noch mal auf die landbewohner hätten die minus sechs egal egal will euch annektieren ihr nümmel dann muss ich noch warten zwanzig monate aber dann müssten wir hier oben bald durch sein ne sieben aber ihr habt halt ah opium da krieg ich opium da mehr so schlecht dass wir nicht mehr die dings weiter kriegen dann wär rip wenn wir so machen alle rein ähm ja ist so müssen wir gucken was passiert wir steigt nie ein bisschen im bipp wir bauen uns gerade auch eisenbahnen ne ist jetzt nicht gerade das geilste für bipp ne einfach nur pech aber da müssten wir jetzt wollten wir ihn da haben ok die müssen wir auch langsam mal wieder gucken was wir machen 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 oder okay oder wir 言 also aber ja dann eine meinte erst mal so lassen eisen wird teuer kohle werkzeug und müsste ja glaube ich noch alles bisschen drin ist ein oder eisen da ja kohle auch bei den 100 millionen seiten die wir haben zum bauen steigt das denn jetzt der wohlstand die stahlwerke müssten doch und laufen oder wie sind da wir lassen erstmal durchbauen jetzt alles was wir gerade haben noch mal jetzt rein obwohl wir haben wir gehen einfach damit oder habe ich nicht gemacht ja ja um ähm holen wir mal halt dazu ne aber das war so schwere mit einer weiteren folge 4 Ria 3. Tschüttelö.